herzlich willkommen zu einem video auf diesem kanal 1961 bumm die meisten den meisten sind sicherlich meine täglichen horoskope per video auf meinem anderen kanal bekannt und auf diesem kanal bespreche ich auch öfter mal andere themen beispielsweise aus der spiritualität aus dem buddhismus aber auch astrologische themen ja heute geht es mir so ein bisschen um die allgemeine lage man hat ja im moment so ein wenig das gefühl so als würde man über einen zugefrorenen see gehen und man weiß nicht genau ob das eis auf dem man sich bewegt ob das einträgt oder ob man nicht mit dem nächsten schritt einbricht und jeder fuß wird vorsichtig gesetzt und man achtet auf jeden riss und jedes knirschen im schnee so ein bisschen ist die lage und es scheint so und das ist so ein auch subjektives empfinden was aber viele leute zurzeit haben was mir auch viel zurückgemeldet wird als würden die nachrichten der untergangsszenarien und der bedrohung gar nicht mehr aufhören und wir würden in einer der schlimmsten krisenzeiten aller zeiten leben und subjektiv mag das auch richtig sein aber ich erinnere mich sehr gut an die 80er jahre des letzten jahrhunderts da standen wir damals mit der stationierung von pershing und cruise missile in deutschland standen wir gefühlt kurz vor dem atomkrieg vor dem ende der welt und viele menschen nicht außen ja damals auf die straße gegangen um für frieden zu demonstrieren und damals war es auch schon so weit sterben saurer regen also auch die umwelt probleme waren schon da mangelnde rohstoffe krisen überall auf der welt ungleich verteilung etc etc und vieles davon ist nicht eingetreten und das ist so der erste punkt oder zwei punkte für oder mehrere punkte finde ich hier sehr sehr wichtig der erste punkt ist durch diese übermacht der medien die ja in den letzten jahrzehnten eben auch durchs internet durch die ganzen online berichterstattung und dass jeder wie ich ja auch hier seinen youtube-kanal machen kann und seine informationen in die welt hinaus pusten kann dadurch haben wir so ein overkill einfach von informationen bekommen und viele dinge von denen wir früher vielleicht es tage später oder überhaupt nicht erfahren haben können wir jetzt alles abrufen und es ist nun einmal so dass untergangsnews und negative nachrichten sich einfach besser verkaufen und dass deswegen sehr viele medien eben auch sehr viele negative nachrichten posten müssen damit mehr leute die konsumieren und je mehr leute die konsumieren umso höher sind die werbeeinnahmen sprich wenn ich also meine videos überschreiben würde mit weltuntergang oder durchbruch ins licht oder irgendwelche ganz dramatischen aussagen würden höchstwahrscheinlich mehr leute videos anklicken und wenn ich diese videos monetisieren würde könnte ich dann mehr geld verdienen was sozusagen wieder einen gewissen druck erzeugen könnte mehr mit diesem plakativen ding umzugehen und da ist es ganz klar dass ja und das müssen wir uns klar machen dass die fehle der zukunftssorgen die ja eben auch von den medien bedient werden und damit will ich nicht sagen dass alle medien schlecht sind oder ich will auch nicht sagen dass alle medien lügen diese diese pauschalisierung und verabsolutierung ist auch so ein trend der zeit der aber nicht der wahrheit entspricht der es uns nur leicht machen soll mit den dingen besser umzugehen es gilt schon immer im einzelnen zu prüfen das wäre das gleiche wenn ich sagen würde alle menschen sind schlecht oder alle menschen sind alkoholiker oder alle menschen aggressiv natürlich gibt es menschen die mies drauf sind die aggressiv sind und so weiter aber es sind ja nicht alle das muss man wirklich im einzelfall prüfen und so gilt es eben auch für die medien so so gilt es auch für die politiker so gilt es für unsere nachbarn und so und so gilt es auch für unser innenleben nämlich für unsere gedanken denn manche unserer gedanken ziehen uns runter und andere erheben uns und da wir da wir unser unser befinden ist immer total abhängig von unserer gemütslage also letztlich entscheidet unser gefühl zu uns selbst unser die gesamtheit unserer gefühle quasi entscheidet über unser unseren zustand ob wir gut oder schlecht drauf sind und die gefühle die letztlich in ihrer gesamtheit dann den gemüts zustand bestimmen diese gefühle sind eben hauptsächlich bestimmt durch die gedanken die wir denken und die gedanken die wir denken die werden natürlich auch von außen beeinflusst also dass wenn ich merke dass ich wenn ich bestimmte medien konsumiere oder wenn ich mir sehr viele gedanken mache um mögliche dinge die in der zukunft geschehen könnten dass dann sehr viele negative gedanken kommen die sozusagen mir schlechte gefühle machen so dass meine gemütsverfassung schlechter ist und ich wieder empfänglicher bin für negative impulse dann bin ich hier in einer negativ spirale die ich durchbrechen sollte indem ich erst mal ohne da blind bei zu werden erst mal die quelle dessen wie diese negativen impulse zu mir kommen indem ich diese quelle drossle indem ich mir ganz bewusst eben sage ja muss ich denn wirklich die bekannten online medien jede stunde aufrufen muss ich mir denn immer genau die videos oder nachrichten reinziehen die sozusagen davon von ängsten profitieren man muss ja auch mal die kirche im dorf lassen um mit diesem schönen spruch zu zu arbeiten wenn man bedenkt wie es den menschen früher geht oder wie es in vielen ländern der welt ist da gibt es eben viele menschen die wissen heute nicht was sie sich und ihren kindern zu essen geben sollen geschweige denn morgen die da gibt es überhaupt keinen schutz vor dem klima und bei uns wird eben diese angst geschürt oder die angst ist da dass wir im winter frieren werden was nicht mal nicht eintreten wird das kann man schon mal sagen also es ist eine zukunftsangst die höchstwahrscheinlich niemals eintreten wird und wenn nicht wird es sowieso ja meistens nicht so kalt bei uns und dann muss man eben meine jacke abends anziehen oder eine decke umlegen natürlich ist das vorausschauende denken wichtig also energie ist natürlich ein knappes gut was aber auch nicht wirklich stimmt denn wir haben ja energie ohne ende wir brauchen nur an himmel gucken und die sonne sehen nicht und die sonne versorgt uns ja mit unendlicher energie wir sind nur nicht noch nicht so weit oder dass wir diese energie in dem sinne nutzen nicht umsonst gibt es ja diesen boom jetzt an solar energie denn diese energie ist quasi ja umsonst es gilt gilt nur eben die technischen möglichkeiten zu entwickeln oder zu verbessern diese energie eben auch abzugreifen und zu speichern und es ist ja in der geschichte der menschheit immer so gewesen je größer die not ist umso größer ist auch der erfindergeist und es ist nur eine frage der zeit bis diese probleme gelöst werden aber das allerwichtigste dabei ist und da sind wir so im spirituellen bereich das eine ist wir sind ja nicht umsonst in der situation in der wir aktuell sind also wer wer meine kanäle meine information verfolgt der weiß ja dass ich ein dass ich dem der buddha lehre folge dass für mich dinge wie wiedergeburt reinkarnation karma dinge sind die für mich genauso selbstverständlich sind wie schwer kraft oder tag und nacht und das karma gesetzt sagt ja im grunde dass ich bestimmte erfahrungen machen muss oder darf aus denen heraus ich etwas lernen kann sprich ich bin vielleicht in irgendeiner situation gewesen habe das und das damit verursacht habe mit dieser verursachung anderen wesen die und die emotionen oder oder informationen verschafft und das gleiche darf ich jetzt auch erleben um daraus zu lernen also in dem sinne muss auch ich das fühlen was ich anderen angetan habe deswegen kann ich im grunde viel besser meine zukunft positiv gestalten indem ich mir klar mache dass das auf mich zurückkommen wird was ich anderen antue beziehungsweise das was ich bei anderen wesen an emotionen auslöse diese art der emotionen darf ich dann auch wieder fühlen sprich wenn ich andere menschen schlecht behandle ihnen angst mache sie betrüge oder belüge oder bestehle oder sie bedränge dann löst das ja bei bestimmten menschen bestimmte emotionen aus negative emotionen so das was diese menschen dann fühlen das muss ich irgendwann auch einmal fühlen damit mir klar wird wie wie was ich anderen angetan habe das wird mir sicherlich nicht von den gleichen menschen widerfahren sondern auf irgendeinem magischen für uns kaum zu erklären den weg aber ich kann ja so meine zukunft verändern in dem ich sage ja welche emotionen möchte ich denn erleben und es ist ganz eindeutig dass jedes lebewesen jeder mensch aber auch jedes lebewesen hat diesen einen wunsch es möchte glücklich sein und wenn wir es auffächern möchte glücklich sein es möchte in frieden leben so das heißt wenn ich anderen wesen gefühle vermittle die sie glücklicher machen die ihnen ein gefühl von mehr vertrauen von mehr wohlbefinden geben dann werde ich auch und das ist ein absolutes gesetz werde ich diese emotionen irgendwann auch erleben das gilt für das positive für das negative so habe ich zwar nicht in der hand welche karmischen erlebnisse ich jetzt habe also welche emotionen ich erleben muss das weiß ich halt nicht weil ich nicht weiß was ich in der vergangenheit alles so verursacht habe das kann ich sozusagen nicht ändern das muss ich sozusagen erdulden ertragen und im besten sinne das beste daraus machen aber ich kann von jetzt an kann ich meine eigene zukunft bestimmen indem ich eben aufhöre aufgrund vielleicht von eigenen ängsten oder von neid oder diesen emotionen anderen wesen anderen menschen dementsprechende emotionen zu vermitteln das ist im grunde schlechtes karma und so kann ich meine eigene zukunft bestimmen und in diesem zusammenhang müssen müssen wir immer wieder kennen die weisen dieser welt die spirituellen meister und meisterinnen der buddha und andere haben ja immer sprechen ja immer wieder davon dass diese welt wie wir sie erleben eine illusion ist dass sie auf täuschung beruht dass sie nicht so ist wie wir denken dass sie ist das ist diese trennung von innen und außenwelt von einer uns objektiv gegenüberstehenden außenwelt das ist diese trennung gar nicht wirklich gibt sondern dass wir uns das in gewisser weise erdenken auch wenn wir uns das wo wir ja in dieser welt leben scheinbar gar nicht so vorstellen können können wir trotzdem diesen gedanken mal denken dass viele dinge die uns als real erscheinen gar nicht wirklich real sind das beispiel was ich immer wieder bringe ist wenn wir vom fernseher sitzen oder im kino sitzen und wir schauen einen film oder eine serie die uns wirklich packt dann vergessen wir ja für vier momente oder sogar für längere zeit vergessen wir ja dass wir einen film sehen sondern wir sind in dieser handlung drin wir leiden mit der hauptfigur mit nicht wir haben auch angst wenn die hauptfigur mit der wir uns identifizieren von einem löwen oder einem dinosaurier verfolgt wird oder in einen krieg gerät oder irgendwie und so weiter und so weiter und ähnlich nur viel komplexer viel perfekter als es hollywood jemals könnte oder oder die die studios erleben wir das hier und das müssen wir uns manchmal klar machen so dass wir auch die äußere welt die wir subjektiv erleben durch unseren bezug auf die innenwelt verändern können sprich ängsten ängsten sollten wir nicht noch mehr nahrung geben wir sollten nicht öl ins feuer gießen sondern wir sollten wenn starke ängste da sind uns erst mal das bewusst machen und dann mittel und techniken anwenden besser damit zurecht zu kommen sprich mehr ins vertrauen zu gehen nicht in hektische gespräche mit menschen zu gehen die diese ängste noch stärken oder uns mit wie gesagt mit informationen und nachrichten vor beschäftigen die das verstärken sondern vielleicht wirklich dann alle medien ausschalten uns in die meditation setzen meditation kontemplation also das nach innen gehen das beschäftigen mit uns selbst dass die das bewusstsein die achtsamkeit auf den atem zu lenken bringt mehr ruhe und stille in uns beruhigt unser gemüt wir wir sind wir wir kommen dann in eine bessere emotionale verfassung und aus dieser besseren emotionalen verfassung heraus können wir unser leben viel klarer und besser führen nichtsdestotrotz gilt es halt solange wir in dieser polarität in dieser illusion leben die wir ja alltag täglich nicht als illusion durchschauen gilt es natürlich trotzdem hier vorausschauend zu sein nicht und beispielsweise mit den ressourcen die wir zur verfügung haben solange die halt scheinbar knapp sind auch umsichtig damit umzugehen aber das sollte sowieso ja unser menschliches bestreben sein aus wieder aus karmischen gründen dass wir andere lebewesen schonen dass wir uns nicht auf kosten anderer bereichern dass wir nicht einfach das insekt tot schlagen was ja genau wie wir auch leben will auch wenn es uns gerade belästigt wenn die fliege oder mücke um uns herum kreist dass wir oftmals uns besser fühlen wenn wir andere menschen ermutigen statt uns gegenseitig tiefer in ängste rein zu rein zu reden miteinander und so können wir kleine schritte machen und natürlich ist es sinnvoll energie zu sparen ob man nun deswegen nicht mehr duschen sollte weiß ich nicht na aber wenn wir für uns sagen irgendwie alles ist wertvoll und das ist oftmals was ich sage dass die dinge gar nicht selbstverständlich sind dass die luft die man zum atmen hat die freiheit die wir hier in diesem land ja trotz allem haben denn ich kann diese videos aufnehmen ohne befürchten zu müssen dass die gestapo oder irgendeine militärjunta bei mir einmarschiert und irgendwie mich daran hindert dass wir uns auch mal diese uns bewusst machen eine gewisse dankbarkeit haben für das was wir haben und nicht immer nur unseren fokus auf das richten was wir nicht haben oder eventuell irgendwann mal nicht mehr haben werden und dass wir da mehr ins vertrauen gehen und die dinge als wertvolle achten und mit wertvollen ressourcen gehen wir ja auch umsichtig um nicht wenn ich beispielsweise ein wertvolles schmuckstück von meiner großmutter habe oder mein ehring oder irgendetwas mit was mir wirklich etwas bedeutet ja dann schmeiße ich das doch nicht draußen irgendwo hin nicht und inzwischen weiß man ja irgendwie dass das müll zum beispiel müll vermeidung nur das an essen auch einzukaufen was ich auch verzehre und so weiter vielleicht manche stricke mit dem fahrrad machen also kleine dinge die natürlich als einzelfaktor nicht die die klimaveränderung aufhalten werden aber in ihrer gesamtheit aber das wichtigste dabei ist ich selber habe hier ein besseres gefühl dabei nicht wenn ich etwas gutes tue dann dann muss ich ja nicht immer daran denken ob das jetzt wirklich für alle sinnvoll ist sondern es geht ja darum dass ich ein besseres gefühl dabei habe nicht und das ist ja was alle weisen sagen sorge erstmal dafür dass es dir gut geht aber nicht was eben falsche propheten sagen dass wir durch mehr konsum oder solche dinge und dass es uns dadurch besser geht sondern besser geht es wenn wir uns in uns wege finden dass wir mit uns selber besser umgehen können dass wir mehr in die selbst liebe gehen in die selbst akzeptanz dass wir unseren selbstwert erhöhen und das tun wir ja indem wir für uns gute dinge machen dass wir eben sozusagen wenn ein freund oder ein nachbar in not ist dass wir hilfreiche worte finden dass wir irgendwie in die meditation gehen dass wir liebe und güte ausstrahlen es gibt so viele dinge die wir tun können um diese welt zu verbessern und da gibt es auch auf diesem kanal viele videos zu und ich werde auch weiter machen aber hier jetzt erstmal soweit diese moment aufnahme ich wünsche allen die diese videos hören und sehen alles gute und melde mich ja bald wieder bis dahin alles liebe und tschüss bis zum nächsten Mal